Du siehst, Arnold, schauspielerisch bin ich dir schwer auf den Fersen. Theater. Fantastisch. Ich habe im Theater angefangen, das ist ganz wichtig. Das kann man sich ja sagen. Ja, ja, sicher. So, wenn Sie also auch mal auf dieser Bank sitzen möchten, oder was gerade ja passiert ist, dass Sie mal auch einem Prominenten mit Ihrer Wette so ans Herz gehen, dass Sie in Tränen ausbrechen oder eher, dann bewerben Sie sich. Überlegen Sie sich eine Wette zu Wetten, dass und schicken Sie sie uns. Egal, was es ist, wir freuen uns drüber. Und hier ist die Adresse, ZDF-Redaktion, Wetten, dass, 4040 65 Mainz. Und dann erleben Sie das hier im Saale, was jetzt die Saarbrücke erleben, was natürlich auch für Sie zu Hause ein Festessen sein sollte. Sie erinnern sich an die großen Hits von einst. Da gab es teilweise Sachen, die im Rockbereich lagen und trotzdem klassisch waren. Das wird jetzt eine Turnier werden. Rock meets Classic heißt das Ganze. Spielt ein Symphonieorchester und der Bachchor Würzburg. Die Leitung hat Christian Kabitz und Sie werden jetzt zwei Herren wiedersehen, an die Sie öfter mal denken, die Sie aber lange nicht mehr gesehen haben. Zuerst Barry Ryan mit Eloise. Musik I break my heart to please You know I'm on my knees, yeah I said please You're all alone So hear my breath And as the days grow The nights grow cold I want a hope near to me I know she's dear to me And only time will tell And take away this love, yeah I'm on my knees And every night I'm there I break my heart to please And please And please You are my life, so hear my breath You are the price I know you pay You are my life, so hear my breath You are all I need But you're not there I know you're not there Yeah I know you're my life, so hear my breath I know you're not there Yeah! Yeah. Danke schön. LRE ist sehr wild.